Oh, ich steh nicht dran! Hey Leute, mein Insta geht wieder, yay! Ich fahr jetzt nach Hause, ich hab keine Freundin wohin gefahren und jetzt fahr ich endlich nach Hause und ich muss auch dringend auf Toilette machen, kennt ihr, das ist eine Katastrophe! Und ich muss noch ein Geschenk in Freiburg für meine Nichte besorgen und ich hab's einfach nicht gebacken gekriegt und ich bin so platt! Also ihr Lieben, ich melde mich bestimmt später! Geile Musik, jetzt fahr ich nach Hause, ich hab gute Laune! Oh mein Gott, ich hab gestern einfach viel, viel zu viel getrunken! Oh mein Gott, was ist das? Hab ich denn gestern für eine Scheiße gepostet oder heute? Katastrophe! Da mein Akku noch voll, voll ist, kann ich jetzt nach Hause fahren, weil ich keine Ahnung... Keine Ahnung, mit welchem Kaffee ich jetzt hier bin! Ich melde mich bei euch später, Leute! Oh mein Gott, ich bin einfach nur fertig! Ich muss nur reinkaufen, ich hab keinen Bock! Bis später! Ciao! Hey Leute, dieser Moment, wenn man endlich sein Jufka hat! Ich esse jetzt mal ein Jufka! Oh mein Gott, ich bin grad so glücklich! Und die Freundin fragt einen, ob man gegen eins rum in die Stadt möchte! Nein, möchte ich nicht! Mir ist so schlecht! Nein! Ich werd jetzt erstmal mein Jufka essen, dann leg ich mich direkt schlafen! Man schaut mal, wie fertig ich einfach aussehe! Gott sei Dank gibt's Sonnenbrillen! Ich hab vorhin Sonnenbrille aufgehabt, auch beim Jufka bestellen! Und dieser Moment, wenn man Jufka bestellt und mit Karte nicht zahlen kann, die Leute sagen, bring's später vorbei! Wenn man ja hier schon länger wohnt und so oft Essen bestellt hat, dass die Leute einen schon kennen und mit Familiennamen ansprechen! So richtig cool! So, Hallo Frau! Und ich hab mich voll geehrt gefühlt! Und er, ja, bring's heute Abend vorbei! Oder die nächsten Tage, du bist ja eh oft in der Nähe! Moment, wenn man später sich erstmal diese bescheuerte Story anguckt, die man gedreht hat! Oh mein Gott! Das ist halt real, Leute! Ich sag ja real! Ich hoffe, es ist nicht zu peinlich! Aber, joa, ich war halt gut dabei! Ihr Lieben, ich melde mich später bei euch! Ich muss jetzt mein Essen essen! Bis dann!